Endspurt in Monkey Island. Wir gehen da rein, weil wir haben den Winter. Nee, wir haben die Jahreszeichen durch. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Da rein. Yes. Die gekritzelte Nachricht lesen. Die Grube der Qualen. Das klingt sympathisch. Es klingt wirklich tief. Es klingt wirklich tief. Okay. Hier geht's. Oh nein, das Licht ist raus. Ich sollte das gesehen haben. Wasser, Feuer. Es ist das Feuer. Es wird Licht unter Wasser. Ich muss raus gehen. Ja eben, wo ist mein Kugelfisch? Eigentlich. Da ist er. Nehmen wir. Können wir wieder nach oben gehen? Ich muss jetzt nicht nochmal. Es ist das Piraten Leben für mich. Ich sehe ja nichts. Das ist aber... wo Elaine mich meistens rescues. Ja genau. Elaine? Wo ist Elaine? Du hast viele verpasst. Aber wir kommen klar. Irgendwie. Die Zeit tickt runter. Kann man hier sterben? Man kann doch eigentlich... Nicht sterben. Ich kann auch unter Wasser nichts trinken. Es ist schmerz in hier. Es ist einer der schönsten Kugel, die ich noch gesehen habe. Ja. Hilf! Kein Glück, ein Match unter Wasser. Ah, warum nicht? Wahrscheinlich sollte ich nicht sprechen, während ich meinen Ratsch behalten. Achso, ja? Warum geht das runter? Kein Glück, ein Match unter Wasser. Nee, wie kommen wir denn hier raus? Ich lese das jetzt nicht vor. Sonst fange ich ja ganz wieder von vorne an. Es ist das Piraten Leben für mich. Doch, müssen wir wohl. X, Y, Z, Z, Y. Verdammt! Das war ein knappes. Ich muss mich daran erinnern, dass Feuer nicht unter Wasser fährt. Okay, es ist los. Die Flamme sieht gut aus. Nicht während ich die Lampen behalten. Ich bin sicher, dass es genug ist. Ich bin sicher, dass es genug ist. Ich bin sicher, dass es genug ist. Ja. Wir können doch nichts anderes anzünden. Über den können wir irgendwas anzünden und hinlegen? Nee. Es ergibt doch keinen Sinn hier. Was ist eigentlich mit dem Papier? Kann man das anzünden? Hm. Man. Ach, das ist aber ungünstig. Okay. Haben wir denn irgendetwas mal gesehen, was unter Wasser leuchten könnte? So ein Unterwasser-Leuchtfisch. Ein schwimmendes Glühwürmchen. Oder sowas. Wenn es jemand schafft, in dem Spiel zu sterben, dann wäre... Ja. Ach. Was denn mit dem Angelköder? Den könnten wir doch jetzt vielleicht irgendwas gebrauchen. Okay. Hier geht's. Du hast ja wohl gemerkt, dass die Lampe ausgeht, oder nicht? Oh nein. Die Lampe ist weg. Das war schon so. Ich hätte das gesehen. Wasser. Feuer. X, Y, Z, Z, Y. Das war ein nahes. Ich habe mich daran, dass Feuer nicht unter Wasser fängt. Oh, das macht mich so fertig, das Spiel. Das ist, äh, das ist dein Kind. Das ist, äh, das ist dein Kind. Das ist dein Kind. Der Flügel ist überraschend. Es ist nicht so, aber es hat auch ein bisschen Lamp-Eil in es. So, ähm, finden wir auf dieser Insel noch irgendwas anderes, was uns helfen könnte? Ich glaub nicht, wir hatten nur diese, diesen unglücklichen Ort, dann hatten wir die schleimige Grotte, da war ja nichts. Oh, komm, ey, ich muss mein Handy jetzt ausmachen, das geht mir auf den Sack, aber, ey, da kannst du Leute nicht ruhig vorher schreiben, Leute, ich hab keine Zeit heute, nervt mich nicht. Wir machen's trotzdem. Ähm, Tommi, einen schönen guten Abend. Ist Elenien schon wieder da? Ja, Moment, ich weiß, wer unter Wasser leuchtet. Kannst du mir deinen Kopf mal leihen? Schade eigentlich. Ich bin sicher, dass er nicht mindert, wenn ich einen Demon Fire füge. Ah, ha, ha! Ah, ha, 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 ha! Dämonenfeuer. Das leuchtet auch unter Wasser. Ja, guck mal, bringt ganz anderes Licht. Oh, und Rainer. Es sieht wirklich tief. Es sieht wirklich... Okay, hier geht's. Go! Yes! Oh Gott, was ist das für ein Fisch? Guck dir das an, die Augen. Ah, ich glaube nicht, dass ich zu nahe komme. Es ist wahrscheinlich sehr lecker. Ahem. Kurz im Reihe gibt's die ganzen Quizkarten, denn... Na, Anglerfisch? Ja, Rippchen, Knochen. Ja, jemand hat ihre Knochen vergessen. Ich wollte das Schild lehnen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, Herrmann! Denken wir doch. Wo war denn das? Aus welchem Teil kam Herrmann denn? Das ist ja ewig her, oder? Wie ist es dir ergangen? Bist du schon sehr lange in dieser Höhle? Hast du in dieser Höhle sehr lange? Na, nicht in geologischen Termen. Als Prozent des totalen Jahrhunderts der Existenz der Höhle selbst. Das wäre ein kleines Nr. Auf einer menschlichen Skaal, aber... Ja! Das ist alles auf deiner Perspektive. Mhm. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Das klingt wie etwas, das ich mal in einem Buch habe gesehen. Bist du ein fiktional Charakter? Nein. Nicht, das ich weiß. Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Wenn man das wüsste, ne? Ja. 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 Machen dir all die seltsame Schreie in den Höhlen Angst? Die Schreien kommen ja wahrscheinlich von ihm, oder? Ja. 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 Nicht so schlecht. Kann ich was für dich tun? Kann ich was für dich tun? Ja. Ja. Okay. Ach du meine Gute. Das ist ein goldener Schlüssel. Das ist ein goldener Schlüssel. Vielleicht ist es mein. Du warst auch mit Versuchen nach dem Schlüssel. Du warst auch mit Versuchen nach dem Schlüssel. Lass uns eine Handel um den Schlüssel machen. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es für einen Grund wollte. Aber eine Dekade oder so in einer dunklen Schlüssel kann lustige Dinge für deine Erinnerung machen. Also, geh mich hier raus und dann lasse ich dir die Schlüssel haben. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Point-and-Klick-Erfahrung. Und ein generell guter Ratschlag, wenn man mal an einer Stelle nicht weiterkommt, ist einfach die Antworten von oben nach unten durchzuwählen. Und das machen wir jetzt mal. Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dich vertraue? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dich vertraue? Erster Schlüssel, dann die Flucht. Ah, wir sind weitergekommen. Ihr merkt aber, wie durch taktisches Vorgehen sich die Ereignisse schon ändern. Gleich haben wir ihn. Jetzt aufwechseln. Siehste? Geil, ne? Und jetzt den hier wieder. Ja. Noch 15 Mal klicken, dann haben wir es. Dass sie einen Schlüssel haben, ist für das allgemeine Wohl. Gib mir einfach den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Oh, jetzt wird es ernst. Nein. Ups. Ich bin stolz, zu sehen, wie du uns jetzt rauskriegst. Das ist der letzte Schlüssel. Voodoo Shop, hier komme ich. Willst du eine Klinik hören? Ich meine, wir kommen da raus, aber, oh Mann, das kann man nicht machen, ne? Ja, aber auch sowas wie ein schlechtes Gewissen, oder? Eigentlich können wir das nicht bringen. Wir können jetzt nicht, das können wir nicht machen. Das gehört sich nicht. Können wir irgendwas anderes anzünden. Reginald hat uns doch nie was getan, oder? Ich war mit Dino nicht in der Wanne, Tomi. Oder was meinst du mit Waterborden? Sieh auf dem Bett ausruhen. Drei Stunden später. Meine liebeste Lillipad, Reginald Hart. Wollt ihr nicht auf meine Briggantin? Er schaffst du ihre Hand zu ihr hin, Cornelia replied, Alas, du wissen, dass ich meine Station nicht verlassen kann? Mit Tern und Sprechst du? So, Hermann. Über die Idee? Uh, any ideas? Ich war hoping, dass du einen hätte. Reginald swooped und swirled mit seinem Inkpin. Von meinem Krowsnest schaue ich auf deine Alabasterparapets, die nach deinem municipischen Offizie riechen. Unser Dino mit nassen Fell, das gefällt dem Schokobu-Kirby, gell? Doch Nino bekommt dann einen Schnupfen und muss sich dann die Nase tupfen. Da sollte er lieber trocken bleiben und muss nicht so schlimm leiden. Hmm. Ich hab' den weg aus. So, Hermann. Ich bin sorry. Kann ich meine Karte zurückhaben? Nein. Nein. Wir haben nicht so viele Optionen. Hermann, mach's gut. X, Y, Z, Z, Y. Well, das war nicht so schwer. Was hat mit Mr. Toothrot? Wann? Habt ihr ihn aus der Kaube? Wie hast du es gemacht? Nein. Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Tut mir leid, der hat mir doch nichts getan. Gucken wir mal rein. In der Zwischenschalt. Hm, ja. Ja. Kapitän, ich habe gerade die letzte Geschichte. Bereitsst mich auf die Melee-Eisland, sofort. Was ist mit meinem Schiff? Es ist fast bereit. Ich bin sicher, dass ich etwas mehr anbieten werde. Ich bin Angst, dass ich das gleiche für dich sagen kann. Oh, du schweigst mich? Ich bin derjenige, der das macht. Aber ich bin der Talent und andere Menschen. Ja, wir haben ja nichts mehr, dass wir ernst nehmen können. Armer Herman, tut mir so leid. Okay, wir haben hier alles. Wir... Sofort nach Medi. War auch die einzige Option, die wir hatten. Auf Wiedersehen, Murray. Wir haben es geschafft. Ach, halt die Klappe. Wiese Peter. Closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Uh, der Zauberspruch, das einzige, was jetzt noch zählt. The moment of truth is at hand. Ja. Okay. Aber welcher kommt wo ran? Okay. Das ist viel bei, äh, viel bei, äh, Pulp Fiction. It's cheesier than I imagined. Wow. It's still beautiful. Ah, 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 yeah. Oh. Ah, ah, mm. Okay. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Ich war nicht wirklich über die Möglichkeit von noch ein anderes Lock. Das stimmt. Das scheint als Überkill. Etwas. Ah, es gibt keine Serialnummer. Oh, verdammt! Vielleicht kann ich es öffnen. Nein, kannst du nicht. Albers, morgen, äh, nabend. Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Das ist kein Problem. Ich brauche einfach schwere Werkzeuge. Das ist kein Problem. Das schlüsselt wahrscheinlich an irgendeiner offensichtlichen Stelle. Das ist kein Problem. Ich wähle, es als ein Puzzle. Drei Punkt! Wow. Es eskaliert hier völlig. Oh, 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 oh. LeChuck, mein altes Nemesis. Hier sind wir wieder. Es sieht, wie es diese Geschichte endet, wie es immer zu Ende war. Mit nur du und ich und das Geheimnis. Nicht ganz. Ich brauche vielleicht ein Screenshot, deshalb blende ich mal die Kerne aus. Ich glaube, es wird mir nicht gut tun, dass du wieder schreitst. Ich habe überestimiert, deine Ressourcefulness, Threepord. Aber die Kraft immer gewinnt. eine ganze Minute lang. Das Geheimnis kann nur in einer ceremonialen Kampagne, tief in den Bauchern der Monke Island. Ach was. Ja, wo stand es denn? Siehle ist hundert. Damit du hundert. Na, ich kann gerade nicht. Nee. Nee. Sagen wir mal, kennt jeder die Stelle oder was? Teil fünf. Errungenschaft freigeschaltet. Es kann doch nicht angehen, dass jeder die Stelle kennt. Ich werde definitiv die Noten nehmen. Ja, ich hoffe, es wird alles wertvoll sein. Was auch. Das war einfach. Ich spreche nicht über die Reise. Ich meine, all das Arbeit, die du gemacht hast, zu erinnern. Oh ja, da war einiges. Ich habe nichts angefasst. Du weißt ja, was man über Obten, Letzen und Eier sagt. Natürlich, bin ich im Verrat. Unsinn, nimm mir zwölf Beispiele. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in five minutes flat. Ich habe schon ein bisschen länger gebraucht. Es hat viel länger als fünf Minuten gedauert. Die Krone war wackelig. Sie ist einfach auseinandergefallen. Ich glaube, ich habe ihnen einen Gefallen getan. Nee, waren fünf Minuten. Es dauerte viel mehr als fünf Minuten. Ich musste ein paar Kontexte Ja, Odina told me your joke. Au! Quite funny. Odina also thinks you cheated on your Algebra test and tried to poison her. Nee. Das war nur scharfer Pfeffer. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? Four? Did you know the Museum of Pirate Law has shut down? Nee. You don't say? Two of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guestbook. Oh, die Gästebücher. Das war sowieso kein besonders gutes Museum. Ich hab ein Schein-O-Mün benutzt. Woher wusstest du, dass ich es bin? I used a pseudonym. How did you know it was me? Mighty Pirate. It wasn't hard to figure out. Mighty Pirate. Sehr geil. Mighty Pirate. He is also a little upset with you. He says, you took his key and left him in a dark cave. Äh, woher weiß sie das denn? Ohne Lampe konnte ich nicht in die Höhle zurückkehren. Genau. Irgendwann hätte ich die Behörde informiert. Er war schon in der dunklen Höhle als ich ihn fand. Das magische Zeichen funktioniert mit einer Person. Genau. Ich konnte aber nicht zurückkehren. wie macht sie das denn? Ich weiß es nicht. Reichtümer, Ruhm, Wissen, Verständnis. Ich habe keine Ahnung. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe keine Ahnung. meine Liege. Das ist so wichtig, dass ich ihn finde. Ja. Be careful was du wünschst. Oh. Hier wir gehen. Just like old times. Are you ready for the caverns? Da ist ein Hebel. Ich erinnere mich an sie. Es gibt Pilze. Große. Oh, das ist gut. Ich weiß der Labyrinthe. Ich erinnere mich an sie. Voller Lava ein winziger Vorsprung. Ne, große Pilze. Ich erinnere mich an sie. Es sind Muschröme. Große. Oh, Geibrush. Selbst in den Kaverns sind wahrscheinlich nur 80% von ihnen die sterben Päsen. Wie geht es darum, dass ich deinen Labyrinth entferne, damit du nicht worryst. Na, na, na. Mach sie fertig. Ich werde dich aufpassen. Ist so geil, die Frau. Die Lady ist super. Kassen Sie meine Freunde die Pilze. Ach, da ist Wally. Hi, Wally. Hey, Wally. Der hinkt sich so. Wie ist es? Geräuslich. Das ist die Schade, die du jetzt benutzen willst? Ich versuche etwas Neues Material. Nicht deinem Tag-Job. Wally, was passiert? Wally, was ist passiert? Als ob du es nicht weißt. Wie warst du hier? Ich habe gesehen, dass du dein Büro entzündet wurde. LeChuck kam in die Karte und schrecklich weil er dachte, ich habe ihm eine Mop-Map inzudem eine Mop-Map zum Geheimdienst. Ja, ein realer Hübschracker, wie das passiert. Danke für die SIG-Karte. Das war wirklich groß. Die Mop-Karte, die du für mich gemacht hast, das war ein Volltreffer. Erzähl das nicht, Elaine, bitte. Warum ist es, dass jedes Mal unsere Schritte crossen, ein guter Wally ist schädigt oder tormentiert oder Schicksal? Ich wünsche, ich könnte ihr aus diesem Fettel mehr freuen. Ja, aber dann fährt er ein Wunder. Ich würde gerne blau an, bleib und blau an. Ich würde gerne und chatten, aber ich muss das Geheimdienst bevor LeChuck macht. Klar, rauf. Wally will be fine. Och, der arme Wally, die Fesseln öffnen. Ich brauche einen Schrauben, die öffnen. Habe ich nicht einen? Es ist ein bisschen late in the game for that. Warum? Es ist nie Messer? Ich bin nicht gut an jimmigen Dinge. X, Y, Z, Z, Hm. Ich glaube, es geht nicht überall. This key doesn't fit. Ah, aber der war na dran, ne? Hammer, Wally. Blombey, du bist aufwacht. Nicht für lange. Ich bin hier, um dir zu erzählen, dass du ein Fehler machst. Der Scherke Obsession konsumt ihn wie ein Frog so lange ein Tarantula. Du willst nicht da sein, wenn er diese Schmerz öffnet. Korrekt. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr zwei bescheiden uns an. Ja, das ist richtig. Ruh! Den sicheren Tod durch Lava erwägen. In den sicheren Tod durch Lava springen. Okay. Hier geht's. Lachuk, ich komme für dich. Er ist doch schon da. Oh, verruhend. Just once. I want this to be easy. Die anderen wieder Nachricht lesen. Only the organized pirate will pass. Only the organized pirate will pass. Only the organized pirate will pass. It looks like a piece of egg, but made of stone. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. I can relate. I can relate. den lustigen Affen. Den lustigen Affen. It looks proud to be a monkey. Okay. Yep. It's made of stone. Was machen wir mit einem Stein? Steingoldstück. Yep. It's made of stone. Only the organized pirate will pass. zu zum Lavasee. The Juck film. Hmm. Okay. Danke. Fred Jones, du das Geheimnis von gefesserten Dino. Ja, ich bin schon wieder da. Sie sind live im Stream, ich kann jetzt nicht aufhören. Mhm. Suspicious. Wie geteilt? Sie verstehen uns nicht. Captain, Los. Diese Schulterklappe verdienen ihre eigene Brustler, jetzt habe ich noch einen Schlüssel. Aber was sollte ich ihnen denn geben? Achso, die Truhe ist ja schon auf. Etwas, was in der Truhe drin ist. Jep. Wieso haben wir denn jetzt drei Stück? Nee. Die Clever-Eyes put this one above the rank-and-file. That's why I assume first swab. It's one of those stone pieces of eight. Cheer up, little guy. He'll go far. Only the observant pirate will pass. Cheer up, little guy. He'll go for a good time. Aber wen denn sonst? Diese Epauletten verdienen einen eigenen Raum. Ja, bei dem Chef die Münzen zu geben, finde ich ja noch komischer. Irgendwie, oder? Die Kiste sind viel zu groß. Irgendwas klappt hier nicht. Irgendwas ist hier falsch. Warum denn? Keine Ahnung, eben bin ich da so durchgegangen durch das letzte Rätsel. Hier bin ich... Ja gut, wir können ihm nochmal alle geben, aber das wird nichts ändern. Auch das wird nicht gehen, glaube ich. Respekt was? Ja, so, so kriegt man sein Inventar, ja. Ich meine, der erste Schrubber ist an für sich der Aufmerksamste, wenn er alles sauber macht, oder? Das ist es aber nicht. Die cleveren Augen put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Ich kann nicht spoilern, ich habe das selber nicht gespielt, allerdings habe ich oben einen übersehen. Was, eine Münze? Oh, Tatsache. Man sollte wirklich in jedem Raum Tab drücken, dann passiert das nicht. Die Cracker zurückgeben, kann man das machen? Machen wir lieber nicht, dann geht die Tür wahrscheinlich zu. Eigentlich würde ich nämlich die Münzen dem Kleinen da geben. Genau. Und deshalb machen wir das jetzt auch nochmal. Mann, das zieht sich ein bisschen. Der hätte ich ja lange probieren können, ne? Obwohl, das ist das jetzt auch noch nicht. Das ist es auch noch nicht. Warum? Nur der observant Pirate wird passen. Muss jeder unterschiedlich viele kriegen? Äh, der Rang? Ja, stimmt, Chocobo. Lachuck, das secret ist mine. Du wirklich schützt hast, nicht du? Wie bist du noch alive? Du wirst niemals haben das secret. Ich werde bald bald haben. Lass den Hebel in Ruhe. Oh, diese Universalhebel. Sauerei. Tschüss. Nervige Truller. Oh, Leute. Nervige Zeit, ich kippe meine Sprache. Ja, das würde ich aber auch sagen. Nur der blödthirste Pirate wird passen. Ich überlege, ob es sich lohnt, jetzt nochmal zu schneiden oder nicht. Ich schneide mal. Und wenn es nur noch fünf Minuten geht, hänge ich es hinten dran.